Vor allem schon Lümpferdinös. Das ist ernst. Ist das Ihr Ernst so schnell gleich? Geht's noch langsamer? Geht's nur schneller? Damit auch wieder ein bisschen zu schnell. Ja, das Tempo passt. Schaut mal, essen Sie noch immer? Ja. Haben Sie noch nie das Essen verbroten gehabt? Also nicht unbedingt verboten. Kinder sind aber verboten. Äh, also lassen. Ich denke, you will be. Sie können sich gerne mal nutzen. So. So. Wir haben doch welche Farbe essen. Was? Freilich. Ich esse schon. Mann, Sie dürfen nicht essen. Geben Sie das. Gehen Sie her. Und ja, lernen Sie nicht mehr ein Baby. Nur weil Sie nicht essen können. Bleiben wir an die durch. Ich habe jetzt Klapp von Maatelmaat. Jetzt habe ich Klapp von Maatelmaat. Dann können Sie super abzuhalten, der ist nicht lang. Na toll, dann kommen wir ja heute her. Der Torpo! Volto, wo habe ich jetzt? Sie sind doch wohl ein bisschen zufangen. Siehst du? Ja, und so schnell fahren wir jetzt. Da ist die Richtung ja noch schneller. Wow, wir fahren auf der Donau-Uferbahn. Sehr gut, das stimmt nicht. Wir fahren hier bei der Himmelschnippe. Ja, die sind die Donau, ich glaube, das ist die Ips. Lauenbach-Mühle ist der Zitter-Sapper. Damit die falsche Wurz-A-Unter-Nächter-Hal, die Neukumlin. Neukumlin ist unser nächster Hal. Nein, Lauenbach-Mühle. Wenn sie meinen, aber ich glaube eher mehr Neukumlin. Der kann ja noch nichts. Hey! Die dürfen nicht essen. Haben sie noch Niederwurst-Essen verboten gesagt? Ja, nur weil es ihrer Mami ist hier erlaubt. Lachen sie nicht so blöd. Trinkt ihr zu nichts in der Nutze? Lachen sie sich auf ein Mami ist ein Knie ein. Hä, ihre Mutti sent ihnen bald ein Klopapier. Oder vielleicht ein... Aber ich nehme an den Knie. Was? Mutti sent mir... Soll ich Laufen machen? Nein! Okay. Ich habe einen gesagt! An der Ötowier-Pfad tausendmal. Genau. Wie da ist... Ötowier? Nein! Nicht das Lauenbach-Mühle. Ist das nicht das... Wie bitte? Den reich... Schau mal, dass ich da... Wie leisern die umdauern, und ich halt zu... Ausdauern, und ich halt zu... Anerlin Himmelsklippe, nach Maria Zelle. Das ist ja... Jetzt! Also! Lassen Sie mich freuen! Ötowier! Hey! Von, 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 von... Dann tut's ja ein Eichermähnauenbach nie. Das ist die Züge, das ist abkalt. Ist so... Ich schweige... Ich schweige... Lecker! Und Schiehörn auch zum Wuttern! Okay! Okay! Ich werde mich verschwärmen! Machen wir jetzt am Sonne! Müssen wir ein bisschen Lampfanne? Müssen wir nicht hier anhalten? Hier! Da! Da! Sie müssen aufbremsen! Haben Sie doch! Da! Sie müssen aufbremsen! Alt! Bremsen Sie doch endlich! Alt! Wir haben doch nicht die Bremse zum... Ja! Erinnerwett! Wie lange fuhren wir jetzt? Wie ist der Tag? Ja! Wie ist der Tag? Wie ist der Tag? Wie ist der Tag? Wie gehst du jetzt? Hey! Wie läuft der aus? Es gibt Türen schliessend! Ich glaube, die haben noch wieder einmal eingetreten! Das gefällt mir nicht! Wie ist der Tag? Wie ist der Tag? Wie ist der Tag? Wie ist der Tag? Ja, sehr toll! Und jetzt? Noch Blämpe! Ah, ach! Warte! Ich glaube, ich habe eine Bremse. Ich verreist mich. Ich will nicht mal aufs Rolltuch hochgehen. Oh, meine Bremse, bitte. Ich sage Bremse. Warum kaufen Sie sich nicht eine Bremse im Verhauen, wenn Sie jeder und nicht mal Geld leiten? Nein, nein, ich wollte Sie nicht vielleicht nichts haben. Fahren Sie doch schneller! Okay. Das ist zu schnell. Fahren Sie doch langsamer! Zu langsam! Fahren Sie doch schneller! Ja, meine Schlampfer müssen Sie sich aber mal entscheiden, was Sie wollen. Herr Lobbführer, Ohr machen Ohr haben Sie auch immer. Tod, Tod, Selbstverbindung. Rast, Fräsen wieder. Aus, Brach! Wir kommen in... Wir kommen in 13 Minuten danach. Und dann bin ich dann halt... Das wäre toll. Moment, warte, das in 13 Minuten? Ja. Da bin ich ja von einer anderen Bahnen. Aber das gibt das und lachen. Schill und unter. Ich glaube, der Lobbführer hat nicht die Brühe vom Brühe. Nein, nein, nein. Nein, ich weiß nicht. Nein, nein. Ich bin ja auch hier mit Winterbach, nicht? Aber Winterbach ist der Schütte Schatten. Ich lauere hier. Wenn ich nicht kenne, wenn ich nicht fahre. Und dann kommen wir hier mit, wenn man vier lauenfachen will und Winterbach... Oh! Oh! Mann, Mann! Wie sind's da leer? Mann, ey! Ach, wir! Nachlaufen, Winterbach, komm hier. Aber ein anderer nicht, lauenfachen will auch ein ganz anderes. Winterbach... Ach so, Winterbach 2, Winterbach 3... Was hast du noch? Winterbach 5... Bremsen Sie doch! Bremsen Sie doch! Entschuldigung! Nein! Sie sollen bremsen jetzt! Oh, Mann! Ach! Psch! Warum? Was haben Sie vor? Haben Sie noch nie das einmal anstellt? Hä? Einmal Null ist... Null. Zweimal Null ist... Null. Sechsmal hundertmal Null ist... Null. Äh, tausendmal hundertmal Null... Null. Einmal... 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 Tausendmal... Einmal... Einmal... Tausendmal... Null. Blauenfach Mühle... Ist der Schüttelsack... Warum? Ich glaube einfach Mühle 2... Na toll... Jetzt... Ich glaube einfach Mühle 2... Dann lässt sich ja nur doof an! Es ist schon doof, wenn die dreimal gibt, aber so doof müssen sie sie ja auch... Ja halt, da gibt's schon nochmal... Null. Das will ich noch ein alter Opa. Äh... Ist das neu? Zu, zu... Hä? Zu, zu? Kannen Sie nicht... Äh... Kannen Sie in den Bläffeln? Äh... Aber Sie sollen schneller fahren? Ja, bei Bläffeln... Machen Sie nicht Ihre Katze hinne... Äh... Da hatte ich nur die Schlachtel ein bisschen... Ja, sehr gut... Was kommt da? Zu... Nein! Himmelstreppe! Auf einen Schlacht Himmelstreppe! Zu... Was? Himmelstreppe... Und was haben Sie mit den rechtlichen Ed-Shop... Wir haben von uns gemacht? Da haben Sie mich nur immer gewöhnt... Und die... Ich bin ja wohl! Das war meine Lieben von uns! Sie... Ah! Nicht nur! Die Red-Shoppe war uns einmal auseinander zu nehmen und dann in den Himmel... Ich bin ja wohl in die Bauten... Sie müsste mal ordentlich ihre Ohren aufputzen! Bitte! Ja, ein Teil von der Himmelstreppe! Nein, ein Teil von... Eine Tür von der Innen-Shoppe ist übergeblieben! Das war's! Ich bin aber nur eine Tür! Da steht... Hallo, meine Freundin ab! Hä? Ich bin... Ich bin dann dein Freund! Tür 1 und Tür 2 war uns schon verwendet! Haben Sie noch niemand von Nettigkeit gehört? Sie gewöhnt sich lieber als Tür 1! Hä? Jetzt haben Sie die Angst verwendet! Wie viele machen Sie denn noch in die Tür? Sie gehören bei der Polizei angewendet! Ich will nicht! Sag mal, was gibt's da zum Lachen? Sag mal! Haben Sie vielleicht zu viel Wurst gegessen? Ja, ich muss abbleiben! Ich will nicht! Du fahrst ein bisschen zu... Sag mal, spucken Sie nicht mit ihrer Wurst! Ahhhh! Da wird auch ein bisschen! Nein, ich muss eben werden! Hallo erhaut haben! Joa! Ich muss jetzt ab, vorsichtig! Ist das Ihr Ernst, bitte? Sie können nicht mal gut bremsen, nur dann sagen Sie, ich hab schon gebremst. Jetzt nehme ich mal das in die Hand. Was ist mit Ihren Ohren? Niederwinterbach 2 ist der Schittesamt. Cool, dann bekomme ich doch noch eine Winterbach-Torte. Winterbach-Torte 2 bekomme ich. So, ich steile jetzt auf und kaufe mir eine. Du bist also jetzt in Lauenbach-Mühle. Häh? Niederwinterbach. Dann kaufe ich mir eine Mühle. Und eine Mühle. So, hier hab ich eine Mühle. Da müde ich meine Torten. Da müde ich. Das sind in Lauenbach-Mühle. Dann Winterbach 2. Ja, ich bekomme zwei Winterbach-Torten. Reste 2, 3. Der Oma, meine! Ua, 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 ua. Ua, 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 ua ua. Und dann für Uli, Upa, U, 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 Uli, Upa, U, U, Uli, Upa, Uli, Upa, Uli, Upa, setz schon ab. Ja, so heißen die. So, und kann ich den Wasser? Kann ich auch mal zudrinken? Ja, jetzt hat er was. Frau Krötschen. Den, den, den tut verworsten. Sie trinken doch selber Baby. Komm mal was zum Klop, Klop. Nee. Sollen wir Christen können? Ja, kann ich nur Zeit. Also, wie viele U, 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 uy, 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 uy. Haben wir sich denn nicht liebste gute Laufwörter? Das ist ja mein letzter Wiss. Wiss ist? Wierschwer psy aber nicht. Bis Winterbach zwei Torte. Sch entsteht Schoßso. Na, Winterbach zwei Torte. Und so verb intend. Immer damit auch steigen 체ikerisch. Steine ... Sie sind ja wohl immer ganz dicht. Sind's 8? Sieke, freie ... Sch ... ... schpeppe, steines ... Ich habe mal eine Wohnung, da lautet aus kleine Steine! Ich sag nicht ... Nein, ich sag nicht, da macht weinen. Ach ... Zum Koffel ... Nein, die kann man nicht mehr machen. Doch. Mama, kann man die nicht mehr machen? Nein, nur hier in die Leck. Dann so, du erlegst dir, dass man sie so kommt. Okay. Nein, ich muss Bremse anziehen. Ja, mal Bremse anziehen! Ja, du ich auch. Nee, tun sie nicht. Sie tun blöd, die Leck. Können sie denn mal Zeit hinsetzen oder ihre Bremse scheitermachen? Gut. Statt immer Vollbremsen? Vollbremsen. Ist ihre Vollbremse kaputt? Ja. So leh ich dich hier. Jetzt macht es in noch einen Sitz, da ist ja die Höhe. So leh. Ah! Du, ich habe schon noch Spaß. Die Glück. Bitte versprach der drei. Hey, du hast den Schala, die schüttet. Was? Die Schala, die schüttet. Aber nimm die Lachen. Ja, und meine Schala, die schüttet. Meine was? Deinen Bauch? Nösekel, Nöse, 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 Nöse! Nein, die Pilze anziehen! Oh, ist nicht alle гл-we coisa! Aber die Mädel kan tf su're map, Skiesel! Wir haben Glück, dass sie da schnell wieder da sind. Ja, aber wir. Vielleicht haben sie ja die Maria-Vierster-Piloten. Wir kommen in 14 Minuten am nächsten Halt an. Was? Vorher mal 13 Minuten in 14 Minuten. Und dann wir nehmen mal 100 Minuten. Nein, wir nehmen mal 15 Minuten. Dann mal 20, dann 31, dann 3, dann 30, dann 100. Und dann 20, dann 30, dann 100. Noch ein paar Minuten. Noch ein paar Minuten. Wir kommen in 14 Minuten am nächsten Halt an. Wir haben noch ein Wasser. Mama, haben wir noch ein Wasser? Ja. Nur weil ich was trinkte, wollen wir jetzt auch. Ich hau mir sicher die Flossen. Ist gut, Herr Lachemi. Winter macht zwei. Ja. Die Wetter. Die Wetter. Die Wetter. Die Wetter. Die Wetter. Dann machen sie schon. Nehmen sie mal die Flossen. Nein. Die ist nicht richtig zu. Ich glaube, es war eine Jacke. Es ist nicht richtig gut. Das ist nicht richtig gut. Die sind fertig. Die sind fertig. Puh. Wenn sie nicht richtig gut sind, sie sehen. Ich glaube, es war nicht richtig gut. Man muss nicht mehr damit. Man muss nicht nicht mehr machen. Es war der Knabel. Die Tür war abgetan, oder? Nicht erhalten. Wir sind im Winterbach 2. Winterbach 2 hat er so ausgestiegen. Wenn du bist, mach ich was, Lille. Die Tür wollen noch nicht eröffnet. Ich finde das nicht richtig. Die Tür wollen noch nicht eröffnet. Die Tür sind noch nicht eröffnet. Baby-Shuttle-Türe. Sie steuern schön nicht aus. Doch, jetzt! Lassen Sie mich, lassen Sie mich! Ich will Winterbach-Dotten. Winterbach-Dotten. Der Tür schießt. Lauenbach Mühle 2. Oh, da kaufe ich mir nur eine Mühle. Da kann ich nur mehr Mühle. Doch, wie hast du? Anternitzel. Doch. Nächster Stang war's. Oh! Oh, Lauenbach Mühle steuern die aus. Bla, bla, bla. Das hier, warte, dann bin ich dann halt die Notplämpfe. Das? Und dann steil ich auf und dann eine andere Loktür. Ne, da halt. Malia zählt diese Himmelskrippe nicht die bitteren Orschen. Das ist schon das Tür fährt. Ich steil ihn vor. Ich hab' genug Hoffnung. Ich hab' genug Hoffnung. Ich hab' genug Hoffnung. Ich hab' genug Hoffnung. Ist der nicht angeschossen? Der nicht. Sie haben auch noch eine. Ja. Ja. Ja, Mann, ihre Augen müssen sie ja auch besser machen. Hallo. Hallo. Ich, weißt du, ich möchte einfach die Notplämpfe bei Nitten haben. Weil da nur eine Bananala. Du hast die Tulip von Malia erzählt. Ich schau' schlack sie mit dem Bananwerp. Hör schlack sie mit dem Masch. Die Frau ist schlack sie mit dem Bananwerp. Wollt ihr mich jetzt mal abziehen? Mal abziehen? Abgenommen. Haben wir jetzt nicht? Kommen Sie ja drauf. Sag mal, jetzt drin. Halt, du was ich tue, Herr Schlasse. Halt, du was ich tue? Bitte nicht. Mach ich eine Notblempe. Mach ich eine Notblempe. Mach ich eine Notblempe. Und geh auf den Führerstand. Und dann fahre ein anderer Notblempe, die wieder zu dürfen. Nein, ich geh mit. Ich weh so nicht. Sie müssen ihre Jacke nehmen. Doch, Mensch, dann kann ich ja mein Team holen. Und sie haben die Jacke befriedigt. Sie haben die Jacke befriedigt. Ja, boah. Moin. 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 Ihr müsst die Notblempe ihren Mann ziehen. Oh, mein Mann. Oh, mein Mann. Komm, hoppa. Liebe Fahrgäste, wir achtet, liebe Fahrgäste, wir achtet mit der Lopfüber auf mein Niedernhaus. Die Lopflämpfe ziehen und auch steigen mit der einer Lopfüber, die ja zurück übernehmen. Das komme. Moment. Oh, ein Notblämpfer, die Glück. Euren kann ich Glück geben? Ich schon. Hä, wer hat denn die Glück? Das hätte die Hauer gegeben. Ja, aber ich habe die Notblämpfer jetzt geklöpft. Was ist da noch? Hallo, ne? Hallo. Hallo. Das schaut mich so an. Oh, wir fahren ja über eine Blüte. Ja, aber warum schaut mich das Kind so an? Ja, und hier ist der Wattenshandel, so wie vor. Hallo. Schönen Tag, du? Ja, und ich auch. So, wach, wach. Das Baby kann noch nicht rehen. Ja, ja. Das kann nicht das Baby sein. Aber ich bin gekommen, ich habe mir Glück. Bis zum nächsten Mal. Aber ich habe mir忘ém. mos probiert.